Herzlich Willkommen zur 4.Folge VARO Ja und wir schauen gleich drauf Ja ok Schauen wir mal ob es geht Ja es geht so gleich Ok wir gehen jetzt wahrscheinlich gleich Strip mine einfach Weil hier sind uns echt zu viele Mops Das ist Ja Warte kannst du nochmal von da zurück kommen Wo wir uns eingebaut haben Und dann letzte Folge Ja weiß nicht ob ich da noch hin finde Aber ich hab schon Ja das dürfte leicht zu finden sein Wir brauchen unbedingt Essen Ich hab nur noch 4 Ja ok Aber wenn wir jetzt so sneak noch zu durchlaufen Dürfte das glaube ich gehen Wir müssen vielleicht Spaß damit umgehen Ja es fängt an Brauch ein paar Messages würde ich es mal meinen Warte findest du nochmal zurück Ich glaube mein Spitzheck Wir arbeiten mit dem Creeper Darfst du nachgehen Ja ok warte da ist mein Name Siehst du wahrscheinlich So hi Schau da Da ist mein Name Warte hast du noch Eisen für mich irgendwie So für eine Spitzhacke Gebratenes Achtung Achtung Ja das ich meine ich Wir müssen jetzt schauen Dass wir Wir gehen Meinen uns hoffen Oh Gott Ich geb dir einfach mal die Hälfte Okay perfekt Ja komm jetzt sollten wir hier jetzt nämlich Super ein glaube ich gehen oder irgendwo hier Ja dort bei der Höhle wäre es ja auch gut oder Ja hier sind wir gleich auf der richtigen Höhe dann auch Ja hier sind wir Ja ich glaube ich Gehe schon zurück zum Wasser Ah nicht zum Wasser Ja Warte hol dich schnell und ich grab hier schon mal ein bisschen Ich merke das sind sie keine Arten oder so Ja ich hole die Öhe Warte ich bin auf der richtigen Höhe oder ja Warte ist 10 oder 11 besser Keine Ahnung Ich hab den Minecraft noch nie gespielt Ja ja klar noch nie Nein aber Ich brauch Essen ich hab nur noch 3 Ja ich hab auch jetzt nur noch 4 Was ist mit hast du nicht irgendwie so Kuhfleisch oder so Ja Beef Nee gar nicht mehr Echt? Okay Nein 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 das ist Schweine Ja Schweine für Schaf vielleicht Aber gut Ja keine Ahnung Irgendwie müsste noch was haben Achso ja übrigens die letzte Folge War nicht ähm War nicht so spät Wir haben einfach nur einen Tag einfach ausgesetzt Weil das davon ja Wir sind so ein bisschen Stress gekommen Nicht so auch gut Ja Ich hab mich die Zeit nicht Ja sind das auch so faire Das sind Denke sich für schon die viele Denke mich auch Ja ich hab dich verloren Ja ich bin noch hier bei der einen Eingang reingegangen Und das tut man hier grad Okay ja dann hier Ja keine Ahnung äh Grabst du Seitenlöcher was kennst du ja oder? Ja wo bist du dann hingegangen? Ich bin gerade weiter Hier warte siehst du meinen Namen? Oh ne es ist so viel Monster Ja okay versuch einfach dass du Oh ne Keine Ahnung Komm einfach vorbei daran und zu mir hin Was Skelett Sonst geh einfach weg Und komm hierher Das ist besser Weil keine Ahnung Das wäre ja schon blöd Wenn man das ins Skelett stirbt Ja das wäre belastend Ja Wie viel Level hast du? 21 Ich hab nur 16 Wenn du hast auch die Tiers Ja Und ich hab das Weißmaragd Ich muss mal den Mentalern aufräumen Bisschen Bist schon da? Nee Du bist tut mein weh Ich sterbe vermutlich gleich Was neiten? Ist verrückt? Aber du Weil da ist es übrigens wenn du meinen Namen so siehst Ja ich seh deinen Namen nicht Das will nicht sagen Doch Warte hier ist Es gibt so ein paar Skelette Ah Pfadzombies Warte Dahinten haben wir alles durchgesehen eigentlich oder? Ja schon Na komm mal hier Ich hab so Schiss Hier warte hier Komm einfach hier vorbei Ich hab mir jetzt nicht mehr Ja warte ich kann das was was geben dann Kommst du hier durch kurz Oder ist hier vorbei Ja hier Hier bin ich nicht so lang Achso ja sollten wir weniger eigentlich Ich hab nicht so viel essen Wir müssen glaube ich Ja hier noch nicht so aber Bau dann Ja fang ganz so ab hier in die Seite graben an So einfach reingraben Weißt du einfach das kennst Nein 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 einfach so Weißt du die Guglöcher da was es ja gibt Achso Witzigerweise hat das in die GLP gefunden Das weiß ich noch Oder nicht erfunden aber War aus dem ersten Mal benutzt Warum Ja ich gut Ich hab mir halt War 2 bei jemandem gesehen Wow Weil Keine Ahnung Das war ja Ich hab War 2 ja nachgeholt Sozusagen Weil Ich hab's nicht gesehen Und dann Gut Ich hab mir da ja alles so bei ihm ein bisschen besser mit der Wärmenging Sie am liebsten so von denen die Waren 2 halbwegs weg bis ins Finale gekommen sind Ja ich hab dir jetzt Ja ich hab dir jetzt Obten von der Abwehr Wie viel sind's 2 3 4 5 6 7 8 Ah das ist sehr gut Na Frank Was Na Na Okay Na Spaß in die wirkliche Okay das ist gut Warte zum Beispiel in der Augen nicht behalten Ach Gott Ja warte ich wär für ein bisschen Zeug wegweilt Ich hab echt so viel Zeug hier drin Sattel brauchen wir sowieso nicht Dürfen wir ihn nicht benutzen Ich glaub ich ja ok komm Was dürfen wir nicht benutzen Sattel halt für Pferde Warum Ja klar darf mir das nicht verwenden Das ist wie ihr die Regels in der Wien Waro Das Wien Waro von den anderen Warum wir wollen Nein Gut Äh es macht ja mehr gut für Wärte vielleicht mal Sonstig für mich sicher nicht so viel Holz Gut Ich weiß nicht was ich da rauswerfen soll einfach Der andere Ding ist so ja das Was sollen wir dann mal wenig essen und so machen Ich glaube es wird nächste Folge dann mal hoch gehen Ja Die Folge geht noch weil ich hab noch was Aber das sollten wir wirklich dann so weiß nicht jeden Stackfarm für jeden Aus so einer halben mindestens Weil das Essen wird halt echt Ja so soll ich Obsidianfarm für einen Enchanter Achso ja mach das mal Stimmt Stimmt Ich müsste nochmal eine Werkbench machen ich hab meinen stehen lassen Hm Ich fahr mir da echt zu rich Ja Ist wirklich so Aber hoffentlich bekommt diese Folge nicht so viele Dislex Für die andere So bei dir die erste ja Ja weißt du wer das war für Simon Wirklich Ja Ne Also klar Ja Gut das ist jetzt so Dass es tausende Simons gibt es Ja genau Ich 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 Sollten wir das nicht eher auspiepen Irgendwie wer es war Weil Okay Okay Pfff Das ist Ansage an Simon Ja gut Kein Mensch weiß wer es wer er ist aber es gibt da so Ja ich kann sie einen YouTube-Kanal verlinken Nein Das ist Weiß nicht Nein Das kannst du nicht machen Ja ist eine 9 oder ist mir keine Ahnung Er hat einen 9 Ja Keine Ahnung ich hab das ewig schon nicht mehr nachverfolgt Ja da mach ich mich jetzt äh mach ich mir jetzt mit dir Ja Ja Klar Müsste sowieso machen Ich glaube ich sollte auch eher mal langsam Löcher graben irgendwie nicht Seite Ich mach da weiter wo du mal hier gemacht hast Ja Optifend dürfen wir übrigens verwenden nur so Ja wichtig Ah nein nur weil ich es gerade benutze und so dass es keiner irgendwas rein schreibt Profis oder so Ich kann als solch noch solch noch so reisen abbauen Ja ich hab 16 ungebraten und ja Komm das nicht mit Brauchen ihn an was mal wie viel eisen hast du noch so gebraten ungebraten egal Warte Warte Ich hab jetzt noch 21 Ahren Und Das ist glaube ich auch noch etwas Ja ok dann reicht das Brauche ich es auf jeden Fall nicht mehr abbauen Ja Wie viele Äh wie viel Obsidian braucht man Äh 4 Ach ne Ja komm Warum ich ja schon mal die zwei Bücher oder Bücher ähm ach so hab ich Bücher schon gemacht Ich denke die hab ich sowieso schon gemacht oder Äh Ja die hab ich schon gemacht Ja Warte hast du noch Zucker oder so Ne aber leider Ja Ja ok Das bringt es auch nichts Ja Aber trotzdem behalten zum Beispiel Vielleicht finden wir noch was Schön wäre es wirklich gewesen wenn wir das End gefunden hätten Weil hier sind halt so hinten Oh hier ist Gold Das ist gut Ich mach ja noch ne Schaufel auf irgendein Ding Das hast du noch genug Holz Oder wie viel Holz hast du denn Ich hab noch Einen Plank Ja gut ok Wir können noch mal Sticks machen Oh hier ist richtig viel Gold Ne wir Wir können gar nicht mehr machen Na doch ich hab's ein Stick und ein Plank Wir können noch mal vier Sticks machen Und dann ein Stick Okay wir sind jetzt gezwungen in die Magen hoch zu gehen Ja am Morgen Ja am Morgen Ich hab morgen oder Ja ok Das hast du insgesamt 25 Ja gib mir mal das Zucker Ding Was Also hast du nicht Zuckerrohr Ich meine Bücher Also hast du nicht Zuckerrohr Ja kommst einfach rein so Warte mal so ein Bücher Hast du nicht Zuckerrohr eins oder so Ne Ok warte Aber essen brauchte ich Vielleicht einen Ja nimm eins Weil ich hab auch nur noch eins jetzt dann Ja ich esse nicht Ich schwente die nicht mehr Ja das ist ja auch ne gute Idee Ich hab nicht an die Decke da springen dann Komm ich will auch jetzt noch mit Lias finden Ich will hier auch noch Ja So wie geht denn ein Chanta Frage an Äh Um Buch Dein Obsidian Also direkt darunter noch zwei Ok Ok Und Chanta ja Ja keine Ahnung Cooler Titel für die Folge Ja aber Ja aber Wenn sie viel zu denken Ja komm in Chanta Wie lange schon Ja In der ersten Folge hat Naja ich weiß nicht ob ich das sagen darf Was Sicher Na die ist schon öffentlich Klar Sonst wenn ich kurz stoppen noch Ach Die hat noch nicht mal Äh Die haben noch nicht mal Dias gefunden Ja egal Komm Aber in der ersten Folge oder Ne in der zweiten schon Auch nicht Ok Auch gut Haben nächstes Moment Hm ich weiß nicht Komm ich will auch Das steht jetzt Ja keine Ahnung Behalten erstmal noch Weil wir brauchen jetzt nicht so entscheiden Ich entscheide euch die nächste Folge dann Oh Ich muss noch mal spitze machen Oh Kannst du mir noch mal ein Stick geben Ah oder dann einen Planky und den du hast Na Genau Dann kann ich noch mal Sticks und Spitzsack machen Ich Ich wollte mir das schon mit dir Spitzsack machen Hätte ich so gedacht Ja eh nicht Aber Das haben wir nicht Fast Was ich Ich war schon so kurz bei Versuchung Zeit gleich hinzugehen So hier Komm ich will auch noch mal Dias finden Okay aber ich hab noch mal Gold Oh das sind dir Das Ich hätte ich jetzt Gut das hier Gold war Das hat sich das übersehen Ist Wir brauchen unbedingt so eine 30 Sekunden Message Weil es hier so am Rand Irgendwie Es ist echt Ja warte es sind 8 glaube ich Ich glaube das sind 8 Ja es sind 8 Dias Ja läuft Wie viel Dias haben wir jetzt Wie viel hast du Ich hab noch 3 3 und ich hab 14 Oder Ja keine Ahnung Kommst du mal zu mir hinten Weil dann schauen wir mal nach was wir machen können Machen wir das noch schnell wenn wir dann hoch gehen wollen Oh ähm das sind nochmal Dias direkt 0 Das sind nochmal 8 Dias Genau Ja wirklich Ja kommst du mir nach hinten Komm Weil jetzt müssen wir echt das machen Wie viel hast du Ich hab 3 Ja wir können jetzt theoretisch einen FullDi machen Ja das wäre aber nicht sehr klug Ja das macht doch keinen Sinn Ja ähm Keine Ahnung Ja ok doch Es hin wird es auch Warte hier ist ein Workbench Achso hier ist ok Hast du noch Eisen oder so? Ja warte ich mach es noch schnell Kannst du mir dann Dias zu werfen? Ja Hast du mir äh Hast du zugebracht? Ja ok 25 Wir können auf jeden Fall zweimal eine Brustplatte machen Und jetzt haben wir noch 9 Warte hier Zwei Helme können wir noch machen Oder nein darf nicht einmal Helm aber mit Schuhe Ok Ja Warte hier ist ein Helm noch Und ich mach mir mal die Schuhe Ok Warte kannst du jetzt können Ja ok das zeig ich nicht mehr aus Na 17 Sekunden Warte bis wir hätten Steine braten Warte zu Nein hab schon was richtiges Das sind ich meine Ich hab damit Ding zugebracht Oh nein jetzt ist es auch egal Das würde es mich so nicht laden weil Der Chunk ist nicht geladen wenn Kanada ist Würde nicht braten Ja Ich Hey ich mal merke ich so wenn es sich effizient Äh In Zinn von dir aus Ja Und von Gold auch Also Keine Ahnung wie es tut man halt Weiß nicht so ein Einzelfolgen wahrscheinlich noch wenn es so weiter geht Ja also nächste Folge gehen wir dann rauf Und Dann müssen wir ja Wir schauen wir mal dass wir jetzt noch vielleicht noch drei viertel unten holen und dann gehen wir hoch und fahren wir essen So Ich glaube wir sollen gleich hoch gehen Ja aber Komm weißt du nicht wie viel Hungerbalken hast du noch Ich glaube Ihr sind weg oder so Und hast du noch Essen nicht mehr Ne Ja aber ich glaube ich habe nicht so viel verloren ich kann das uns mal eins angeben Ja ok Ja wir gehen dann noch kurz Das schauen wir von der nächsten Folge danach Zehen wir dann schon Ja ich würde Ja ich würde meinen das war es jetzt Zu der Folge Warte warte bin ich dran Das ist die vierte Nein es ist deine Nein mach du Achso Ok das war es mit der vierten Folge von Minecraft Abo Und ja Ja